Höret, höret, aufgeblickt, ihr widerliches Bauerngesindel. Heute wieder zwei edle Ritter unterwegs, um Schweine zu stehlen. Mit dabei ist Sir Schwengelkreis. Ich hab meine Gesindellanze richtig sauber poliert. Hoffentlich gibt's heute viele Schweinchen aus der Stadt zu retten. Unser Weibsvolk ist davon gelaufen. Nun wollen wir Schweine beglücken. Die Haut ist genauso zart und rosa. Wollen wir die nicht zum Essen raus? Ich dachte, wir essen die. Nein, wir schminken sie. Schlemmen. Erst schlammen, dann schlemmen. Mit dem natürlichen Salz unserer Männer werden wir die Schweine würzen. Würgen? Würzen. Der Mann sagt, wir sollen die Schweine würgen. Was ist das für eine Creme in dem Schwein? Alter, da sind wir wieder. Schivelmans hier. Die Schifflerbuben. Alter, ich geh direkt rein hier. Mit dem Hammer. Ich bin der Ungeübte. Prinz Ungeübte nannte man mich. Der will mich hier von der Hände. Oh, Alter. Ich hab dem echtes Gesicht weggezogen. Keine Chance, wenn die hier komplett am Durchdrehen sind. Es gibt Eder für Cheats. Ein Hanzer Lancer. Hanzer Lancer. Die stehen direkt am Spawn, aber ist mir egal. Ich renne da jetzt rein und hole mir ein Schwein. Ey, ich steck fest. Boah, ja. Ich hab ihn verkrüppelt. Und jetzt macht ihn kaputt. Jetzt macht ihn kaputt. Schlag ihn an den Boden. Wo waren denn nochmal Bandagen? Auf der 3? 5. Auf der 5. Okay. So, hier mal so einen Wickel drum machen. Aua, ich hab eine Narbe. Hat meiner gesagt. Alter, ihr rollt einfach mir so einen Kopf entgegen. Die kann ich aufheben und schmeißen. Voll witzig. Alter, ihr kriegt es jetzt. Auf die Kniescheiben! Ja! Ja, geil. Mal hier die Beine wegziehen. Was ist das da? Ein Schwein! Hier sind Schweine! Rettet die Schweine! Das Schweinsvolk! Ey! Edles Schweinsvolk! Ich musste das Schwein leider wegwerfen. Ich glaub, ich hab auch noch so einen Schwein. Ich hab ne dicke Sau! Schützt mich! Feigling! Was für ein Feigling! Wo muss das Schwein hin? Aufs Schiff? Und dann ist gewonnen, oder wie? Einfach zum Schiff rennen. Lädt dann von alleine ab. Geil, Mann! Ich hab Schweinebeutaler bekommen. Schweine nenne ich Amun, oder so. Alter, hat mich irgendwie mit dem Boden erledigt. Boah, Alter! Comrade Bobby, der erste Ruski-Ritter. Comrade Bobby, der erste Ruski-Ritter. Komm, rauf mit dem Schwein. Zack, das nächste Schwein abgegeben. So will ich das sehen. Ich nehm einfach den Bauern mit. Komm mit, lieber Bauer. Ich tu'n dir nix. Wir retten euch. Das ist eigentlich ne Rettung, die wir hier machen. Ich frage Comrade Bobby. Comrade Bobby, sag du. Gute, äh, gute Bauer. Komm mit. Wir machen dir ein Borsch. Ein kleines Schüsselchen Begrüßungs-Borsch. Ein bisschen Borsch machen wir dir. Auf unserem Schiff gibt es warme Suppe. Komm mit, Bobby. Soll ich hier ein Banner hinbobbeln? Gute mal ein Banner. Ich glaub, sowas ist immer ne gute Sache. Ich kann da hinten noch ein Schwein finden. Da ist doch ein Schwein. Ich hab ein Schwein hier. Soll ich ein Schwein oder einen Bauern nehmen? Bauer. Wir haben genügend geschminkte Schweine. Nein. Nein. Nein, mein Schwein. Ich mach mal einen Kampfschrei. Schweine schreien. Mein Schwein ist ertrunken, glaub ich. Hast den Fluss geworfen. Hast du einen Banner? Ja, aber wo soll ich denn hinstellen jetzt? So am Schiff, da kann man immer wieder sich ganz gut dran laben. Boah, Alter, was hat der für eine Reichweite? Was hat der für eine Reichweite? Wir müssen mehr schreien. Wir schreien viel zu wenig. Das ist unser Problem. Aber das Spiel lebt ja auch noch voll, ne? Das lebt ultra, das Spiel, Leute. Das lebt ultra. Wir holen die ganzen alten Kamellen raus. Uralt. Wir machen sie groß. Die alten, klassischen Multiplayer-Games, die wir alle lieben. Ey, es gibt nicht geileres als Schimmel. Die Chivalry-Zocken bis zum Abwinken. Ohne Scheiß. Ja, klar. So richtig schön den Chivalry anfassen. Jetzt müssen wir hier schön den Chivalry anzünden oben. Bam. Gute Arbeit, Jungs. So, beruhigen wir uns alle mal. Wir haben jetzt geschwitzt, gekämpft. Hatten Spaß. Wir hatten alle Freude. Das ist das. Bam, Alter. Hier die Beine weggezogen, der blöden Sau. Sie sind oben auf den Hügeln. Bam, hier. Ich liebe es. Steh auf, mein Freund. Oh Gott, die... Alter, ja... Mal schmeißen die da irgendwelche brennenden Fässer. Ich werfe jetzt einen Bienenstock in die Menge, Alter. Bienenstock. Ja, hier stehen Bienenstöcke rum. Ja, das war damals die Taktik von den Kelten. Fresst Bienen! Ich habe einen Schaden damit gemacht. Ja, schön. Bisschen Turm zerstören. Müssen wir da Bomben hochwerfen. Hier ist ein Huhn. Wieso ist Larry gestorben? Oh, bisschen totes Huhn. Wer hat das Huhn ermordet? Oh ja, er schwebt in der Luft. Es ist irgendwie besessen. Boah. Boah, die Bienen. Not the Bies. The Bies, Alter. Ich stelle einen Banner auf. Not the Bies. Mach einen Banner hin. Labert euch. Schnell, powdert es. Eine Lunte brennt. Geht die schnell? Ist das eine schnelle Lunte? Ja, ist an. Oder? Ja, Lunte brennt. Boah, boah, boah. Alter, Johnny Gisro habe ich eben gerade besiegt. Hat er die ausgemacht, die Lunte? Ja, die können die wieder ausmachen. Ich mach die wieder an. Ja, Lunte ist an. Ich heile das Volk. Luntbart. Luntbart, der Heiler. Nassu eben gerade bezwungen. Oh nein, tut mir leid. Tut mir leid, bro. Tut mir leid. Nassu, El, feucht du. Sorry. Ich wollte dich nicht schlagen. Die Lunte brennen. Wollen wir erst mal wieder zu den Bannern ein bisschen zurückziehen. Hier drüben brennt auch die Lunte. Vorsicht, da hat er eine Bärenfalle. Ja, eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle. Eine Bärenjude. Und er macht auch noch die Tür zu, weißt du einfach. Ja, hat einer gemacht. Als er gestorben ist, so, ja. Das tut richtig weh. Ey, die haben das wieder gelöscht alles. Ja, die löschen. Uff. Jungs, Lunte. Du musst erst mal ein bisschen raus aus dem Clinch. Hat irgendjemand einen Heilbanner hier rum? Ich hab jetzt gerade keinen Parat. Ja, schon edel. So eine kleine Banner-Banane. Lunte brennt. The name of Arthur. Ich hab die andere Lunte auch wieder angezündet. Aua. Ich hab mein Schild verloren, irgendwie. Ich brauch Verbandszeug. Onkel, Onkel. Oh. Warte. Ich hab das wieder ausgemacht. Ich mach wieder an. Hier, hab dich wiederbelebt. Strider-Tower. What? Oh, wie es dir einen weggerissen hat. Alter, ich bin so... Ich bin am Rand der Karte geflogen. Alles für die heiße Königin. Für die... Für die Foot-Tower hab ich verstanden. Alter, sie schweißen schon wieder mit Bienen da hinten. Ah, das ist so eine Taktik der Kelten gewesen. Eine keltische Bienen-Taktik. Alter, wer hat mir da eben gerade mein Schild reingeschutet. Da kommen sie. Der alte, bucklige Pastor. Pastor Buckel. Pastor Buckelmund. Diese Bienen nerven richtig. Sind richtig gemein. Warte, wir müssen sie umgehen. Die sind von allen Seiten stechen hier. Warte, das ist doch ein Gegner. Oh. Hamlet. Wir müssen Hamlet captchern. Oh, Alter. Es geht ja ab. Greift der... Ist das ne Flasche? Er prügelt mich mit ner Flasche. Genießt die Heilung, Kameraden. Er kriegt von mir ein Lob wegen dem Flaschenkill. Ey, das ist einfach geil. Das war übelst, buck Chivalry. Ja, so ein Premium-Game. Oh, der kommt mit der Glocke. Der Psycho hier. Der Klöckler. Und Dong. Die Glocke auch noch. Und Dong. Ja, so. Holt ihn. Nice. Boah, boah. Alter. Schön am Banner. Sechs Mann haben da auf mich eingeschlagen. Labert euch am Banner. Das rechtschaffenden Jochen. Hab dich. Achtung, der ist so verbrannt. Man kann ihn nicht mehr genau identifizieren, aber er ist ein Gegner. Der alte Hamlet, ey. Oh, sorry, 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 sorry. Labert euch. Deine Banner, der Punkt ist sauger, ohne Scheiß. Hab ich Punkte? Der Punkt ist sauger. Nun haben wir noch gar nicht geguckt. Ich bin so in der Materie des Spiels. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Ich zieh mich zurück. Boah. Wieso kommen wir nicht in den Hamlet rein? Ich brauch keine Arme. Oder hat jemand erquickt mit einer Tröte? Ich habe einen Arm verloren, aber durch die Macht der Tröte ging es mir dann doch ganz gut. Ich brenne. Was war das? Irgendwenn ich... Ich bin einfach brennend reingerannt. Ja. Ja. Boah. Woher kommt der denn jetzt? Nein, jetzt bin ich erledigt. Jetzt hat er mich. Gegen die Dänenachse hatte ich keine Chance. Die war sehr mächtig. Das gibt es doch nicht. Schaffen wir es nicht hier durch zu... zu prügeln? Ah, den habe ich gerade so böse gehittet. Kannst doch gut gehen. Was hat der denn hier für einen Helm? Vorsicht, Lord Godfrey. Gibt es doch nicht. Warum kriegen wir die nicht? Was ist denn los? Du bist noch da? Ja. Wir sind am Ziel, aber... Wir kriegen es nicht. Warum catchen wir nicht? Druck, Druck, Druck. Mach diese Barrikaden da weg. Ich war gerade voll... Ich war übelst im Rausch gerade. Ich war richtig... Ich habe reingerauscht. Gemordet habe ich. Kommt, Schaden, die Musik. Jetzt. Ja, hier der... Weg. Cap-chan. Cap-chan. Dran, nah dran. Alter. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Team-Schaden gemacht. Upsi. Komm, 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 komm. Dranbleiben. Dranbleiben in Hamlet. Bleibt am Hamlet. Oh, die Musik, Alter. Es geht richtig ab. Gibt uns Bonuszeit. Jetzt, wir haben sie. Bonus, Bonus. Treibt sie zurück. Ihr müsst sie treiben, die Recken. Ich bleibe jetzt hier. Ich bleibe die ganze Zeit am Ziel. Wir müssen am Ziel bleiben. Wir müssen cap-chan. Kommt, kommt, kommt. Schilde hoch. Schilde hoch. Steht stramm. Männer. Capt'chan. Ich capture doch. Boah. Schilde hoch. Boah. 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 Alter, was? Als ob. Als ob. Freunde. Als ob. Alter, wir hatten es mega erobern. Wir hatten es. So was von. Alter, der Winterkrieg. Der Winterkrieg, ja, wir sind auch im Winterkrieg, auch wenn es draußen schon Sommer ist, aber das ist der neue Winterkrieg. Alter, wir waren doch so am rödeln. Eigentlich war der Balken voll. Der war voll, ja, ja, der war voll, aber irgendjemand hat da... Ach, Coxwell. Your cock looks well. Oh, 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 thank you. Your cock looks very healthy. Oh, danke schön. Sieht sehr gesund aus, hat der Kollege gesagt. Der Kollege meinte, sie haben ein sehr gesund aussehendes Geschlechtsteil. Er findet auch die Adrigkeit besonders imposant. Er findet ihre Adrigkeit wirklich adelig. Cool, du kannst jetzt schon schreien, dann hörst du im Hintergrund, wie die rufen. Weißt du das, wenn man auf C will? Meinst du wieder Bauer? Oh Gott, sind wir Bauern? Ne, wir sind... Slaughterer. Reißt sie nicht an, dieses arme Volk. Ich kann ihren Anblick, mir wird immer schlecht. Ich hatte den ganzen Tag... Kotze im Mundwinkel wegen ihrem ekelhaften, schmuddeligen Anblick. Er rennt rein da, der Schisser. Alter, wie hält der Bauer das aus? Du Bauer! Warte, Bauer! Jetzt ziehe ich nochmal meine... Ah, ja, okay. Alles gut. Brenne das Dorf nieder. Da, die Dirne mit der Mistgabel! Die mistige Dirne da hinten! Die mistige Dirne! Oh, Entschuldigung. Boah, die schmeißen auch mit Fässern! Was? Egal, Chance! Ne, keine Chance. Slushy. Jö, Donbos! Jö, Donbos! Schreiend rein, rein und alles niederfackeln. Haben wir sie nieder! Fische! Gib mir den Fisch! Da sind sie! Oh, wie der eine sich da wehrt! Zehn Mann prügeln auf ihn ein, aber jetzt der Down! Der Big Sword! Doch nicht so big! Der Big Sword! Ah, guck mal, hier ist ein Tor! Muss ich hier anzünden? Das da? Ja! Es brennt schon! Alter! Harry Big Schwert hier! Aua! Boah, jetzt wollen sie mich! Boah! Und wo denn überall? Blöden Bogenschützen! Ah, jetzt kommt irgendwie so ne Kriegermait! Ich hab die Glocke geläutet! Boah! Los! Da kam die Kriegermait angerannt! Wir sind im Dorf! Wir sind im Dorf! Aua! Das war jetzt voll aggressiv, du Arsch! Kommt schon! Ich kann den Brunnen vergiften! Ja, hier! Nee, du kannst den Fisch da rausnehmen! Ja, ich weiß! Oh! Der alte Hebräer! Der alte hebräische Buschbrenner! Alter, hier ist so ein, so ein aus dem Clan der McDuggans! Die McDuggans! Boah, Alter! Hat mir den Schädel runtergehauen! McDuggans hacken! Uff! Der Runde krieg ich ganz schon aufs Fressbrett, du! Was ist der denn? Was muss denn noch brennen? Die Hütten, ne? An der Seite! Ja, wir müssen erst die Feuer entzünden! Und Bauern können wir auch ermorden! Die Freiheitsglocke! Alter, was hat hier für ne Reichweite mit seinem... ...denubische Prinz hier drüben? Ja! So! Der Joten-Boss! Wir müssen das Dorf niederbrennen! Ja! Wer ist er denn hier? Der Blaue mit dem Hammer! Wir müssen das Dorf niederbrennen! Boah! Alter! Der Streitermann! Der Streitermann! Ja, gebt dem! Nice! Sir Frosch! Was machen die da an dem Brunnen? Oh Gott! Oh Gott! Alter, die können mittlerweile so gut dodgen und alles, ne? Das ist Wahnsinn! Alter, die Kelten hier mit ihren... Oh! Was ist denn dein Problem? Ich bin einer von euch! Boah! Ich wollte mich grad verbinden, aber mit der Dänen-Axt da! So ein aggressiver Däne! Ja, die Dänen-Axt! Jetzt! Nice! Hier! Wieder hoch mit dir! Jetzt schnappt euch noch ein paar Fackelies! Am dänischen McDonalds! Dänen-Donalds! Klar, der McDonalds! Oh ja, hier ist noch eins! Jetzt brenne ich nieder! Ja! Ziel verbrannt! Die Seitenhütten müssen noch weg! Nice! Boah! Ey! Alter, wie viele! Wie viele Jungs! Ja! Ich brauch ne Heilung! Ich brauch nen Wickel! Boah, da kam eben der Todesschuss mit der Armenbrust! Fünf Kills Johnny, Alter! Five Philly Johnny hab ich eben grade abbekommen! Ach, abbekommen! Ich dachte, du hättest mit der Armenbrust reingebrustet! Ne, ne, ne! Auf zum Tor! Alten Zyklopen hier! Zyklopenhansi! Zyklopenhansi! Das hat mir getan, ne! Nice! Schmeißt Steine drauf! Boah! Alter! Der mit seinem Ballisten! Egal, Treppe ist oben! Aber die schubsen das wieder runter! Oh, jetzt komm ich hoch! Na, der Ballistenhansel, der muss weg! Boah! Aber da oben sind so viele! Ne, keine Chance! Keine Chance! Da waren super viele! Ich muss da hoch und die Bogenschützen irgendwie wegholen! Was jetzt geil wäre, wäre eine Brandbombe! Schön da oben eine Brandbombe rein! Ah! Ich muss mir schnell so einen alten Verband von der diebischen Hexe aus dem Dorf! Von der diebischen Hexe! Ja! Schon egal! Schon wiederbelebt! Die werfen mit Scheinen! Von wo? Also die schmeißen mit Schilden! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Helft mir! Ich verblute! Boah! Ich wäre auch fast eben draufgegangen! Komm jetzt brech durch, Männer! Brech durch! Tor ist offen! Jetzt schreit! Aua! Boah! Oh Gott! Jemand muss auf mich drauf urinieren! Jemand muss mich anpinkeln! Schnell! Sollen wir mal ein Nein, ne? Boah! Ah! Kommt! Geil! Vorwärtspawn und ich bin hinten gespawnt! Oh! Schön! Nice, Alter! Sehr schön! Schädel eingeschlagen! Habe ich nochmal 50 Points für gekriegt! Für einen Schädelknacker! Aber... Futura, ne? Der Schädelknacker 3000 Futura! Die Daumenschraube ist nicht mehr in! Alter! Einer von den Leuten hat ein Dolch im Rücken stecken! Wie so ein verrücktes Bauern-Vibe unterwegs! Diese alte Markt! Schlachtet sie ab, die Markt! Die Schlachtmarkt! Alte Schlachtmarkt! Was ist das? Gold! Ich hab wieder Gold hinterm Ofen gefunden! Dann nimm's mit! Immer mitnehmen! Immer das ganze Yolt mitnehmen! Der Yolt-Prinz! Boah! Alter! Hier! Prinz Harry! Durch das ganze Star Wars Spiel will ich immer mit Alt eine Rolle machen! Hahaha! Hä? Was? Oh, ich heile mich! Du bist Gold stehlen! Oh, was? Oh Mann, ey! Ihr Black Eagle! Ich hab nicht so schön zurück in den Rausch gekämpft! Alter, was hat der denn hier? Zwei Sägen! Hier rennt einer mit so zwei Sägen rum! Der Mülers Mann! Der Mülers Mann! Der Schnitzmichel! Alte Schnitzmichel! Autschi! Nee! Nee! Alter! One Buckethead! Der alte Akku lüht! Gegen den war sie nix! Gerade kommen wir irgendwie nicht voran! Wir müssen stehlen! Wir müssen weiter stehlen! Wir müssen weiter stehlen! Kann man den Goldkarren nicht ein bisschen nach vorne schieben? Niemand wollte vom Spanferkeln naschen und ist deswegen verbrannt! Komm, was hält der aus? Ist wieder so eine militante Markt! Zack! Zack! Wegeballert! Vom alten Marktplatz! Nee! 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 Ist das hier ein blauer Banner? Der muss weg! Kann man doch irgendwas plündern! Kann man doch irgendwas plündern! Ja! Da hat jemand nochmal einen Sack voll Gold vorbeigebracht! Hier kommt noch einer! Das Königs Sparkasse in der Hand! Sehr gut! Ja! Ja! Haben wir ihr Gold und ihre Weiber! Der Jotenboss! Der Jotenboss! Boah, alter wurde der eben gerade zerhackt stückelt! Wow! Das war crazy, alter! Stiele das Gold! Boah! Alter, mein Ohr juckt, Junge! Alter, hier ist irgendwie so einer von den McDuckensackens am Start, ne? So ein... Einer mit so einem Killsack! Mac... Gacklesack! Mac Gacklesack, alter! Mit dem lila Beutel! Mit dem lila Beutel! Die Pflaumen der Gerechtigkeit nannte man sie! Ah, der kriegt einen Punch! Ah, der blockt das hier! Eiskalt! Na, hier ist wieder so der Holzmichel, der Verrückte! Ja! Ja! Ist ja kaputt, der Michel! Muss doch mal Gold sich schnappen, ne? Boah, alter, der ist gut ausgewichen! Oh, Entschuldigung! Ah, ich hab Gold! Egal, ich hab Gold gemobst! Reingekrapscht! Ins Töpfchen! Du musst hinrennen und dir schnell so ein bisschen Gold krapschen! Ja, aber alter, die kommen da über die, über die Balistraten! Oh Gott! Es sind zu many! Ah, leider kommen wir aus jeder Ecke! Die hab ich noch mit den Helping Igor gemacht! Ja, sieht gut aus! Alle mal rein stehlen! Ich hab mich auf dem Klo versteckt! Oh, wie nice! Boah! Ne! Da machst du nix! Alter, wie mies! Die kommen hier mit ihren schweren Waffen reingejumpt und zerhacken uns! Aber jetzt, komm! Jetzt könnt ihr doch krapschen! Krapsch die Knete! Alter, ich weiß nicht, wo die alle herkamen! Das ist auch mein Banner verschwunden! Boah! Ich hab mir meinen Helm runtergeprügelt, der sagt! Dankeschön, Kumpel! Was ist, Junge? Ich bin in deinem Team! Das ist mir so ne... Jawoll! Jawoll! Boah, jawollowitsch! Boah! Ich brenne! Hau den Dänen! Boah! Ich brauch nen Medipack! Wo ist der denn? Kann der immer noch leben! Nice! Wow! Der schießt sie auf uns! Danke, Freunde! Ich hab keinen Verband! Ich prügel mich hoch! Ah, Mist! Ich war fast wieder vollgeheilt! Ich hab's hier irgendwo Vorräte! Nee! Aber wir müssen unbedingt jetzt Gold krapschen! Sonst sieht's ganz schwach für uns aus! Wenn wir jetzt nicht noch ein bisschen Gold picken! Boah, ja! Richtig schön! Ja, ja! Die Snabgelenk hier an der Seite! Schnappt euch das Gold! Mach mal rein! Aber ich habe sie abgelenkt. Kann irgendjemand Gold holen? Nur noch eine Minute und da ist noch eine Menge Gold, die behindert werden müssen. Ich wollte gerade hoch zum Brunnen vor den großen Toren gehen. Ich gucke doch nicht, dass wir den hier Gold jetzt ja nicht bekommen. Die letzten Kröten. Das sind eigentlich nicht mehr viele Kröten, ne? Ne. Hier, komm zurück, Mate. Ne. 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 Alter, wie ich ihn weggeschädelt habe. Mehr Gold. Das gibt es ja nicht. Ich habe es mir gekrapscht, das Gold. Nice. Ja, habe ich ihn umgeschubst habe. Was ist los? Was ist los? Nice, nice, nice. Wow. Hindurch. Komm, die schmeiße noch mal mit ihrem letzten Dreck. Tötet die Soldaten los. Schlachtet sie, Männer. Boah, Alter. Der eine da oben mit seinem Stein. Alle kriegt's. Alle kriegen's. Nein. Ist nur noch Bauerngesindel da. Ja. Was? Boah. Boah, Alter. Das Flammenschwert. Mies, Alter. Mies. Mies. Jeff, Alter. Ich habe Jeff geheilt. Ja, ich habe auch irgendwie Jeff geheilt. Ja, das Spiel lebt. Das Spiel lebt. Das Spiel lebt hart. Oh, Mist, Alter. Da kam schon wieder so ein Däne. Oh, auch diese Schotten hier. Diese Verrückten. Schotalette hier. Die alte Schotalette. Oh nein, jetzt haben sie meinen Banner abgerissen. Ah, meinen auch. Das war wohl zu viel Heilung. Der stand da aber auch echt. Strong. Ah, die Hälfte ist schon tot, aber... Was haben sie geändert? Früher wurde ja jeder dann Bauern, ne? Kannst du dich mal erinnern? Ja. Ist das nicht mehr so, dass die dann Bauern werden? Nee, nee, nee. Die bleiben Soldaten. Ja, das war ja auch einfach mies. Ja, das war sehr mies. Aber sie haben halt Remaining Forces, das heißt, naja... Ja, 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 das ist jetzt Ticket-mäßig so im Grunde. Was ist denn 6 für mich? Achso, 6 ist... ...Fügel-Fist, Alter. Uff. Falcon eben schön weggezogen. Ja. Den alten Kapuzen bezwungen. Was? Wollte ich ihn gerade noch retten. Boah, Alter. Boah, Alter. Gerade noch retten. Wie die zuschlagen. Ja, jetzt machen sie nochmal Druck, aber komm, wir brauchen Sieg. Wir brauchen Sieg, wir haben nur noch eine Minute, aber... Ihre Kräfte schwinden. Sind so weit gekommen. Jetzt, wo du den Gold-Krabscher-Deluxe gemacht hast. Da ist sie wieder die Musik, die Heldenhafte. Komm, es muss hier ruhig werden. Tötet ihre letzten Männer. Ja. Oh Gott, hier brennt's. Lasst mich durch. Boah, da kam noch einer von hinten. Ich hab aber noch ein bisschen was getötet. Hauptsache töten, Hauptsache töten. Einfach rein und schlitzen. Es gibt's doch nicht, die gewinnen das jetzt noch, oder was? 30 Sekunden. Wenn jetzt da nicht gleich der heldenhafte Super-Jeff kommt. Komm schon, Super-Jeff. Boah, Alter, der hat zwei so Stechdinger. Ja, so Segen, ne? Katare, Alter. Macht auf Ninja Turtle. Ja, wenn der Aß im Urlaub reinkickt. Ich hab eben noch den... den letzten Reutler wegge... Nee, die gewinnen. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Was? Das gibt's nicht. Alter, haben die einen Lack? Alter. Wie konnten wir das jetzt nicht schaffen, ey? Wie beim letzten Mal. Es war wieder so ein Millimeter. Beim letzten Mal war aber wenigstens der Balken voll. Das war Cheaten. Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir werden kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Hüdelü.